Jusuf, was hast du mit den Jungs gemacht? Die sind ja richtig diszipliniert, pünktlich, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Scheiße, was ist denn da los? Du hast doch wohl zu viel gelobt, ne Jusuf? Oh, wei. Der Jusuf hat richtig zu viel Training gemacht. Ich kenne einen, der kommt auch immer schon und nie gesehen. So, können wir unsere Tüche verbringen? Ja, der ist Matisse in eurer Position heute. Boah, hat die Süße auf, bitte. Der macht mich schlecht, der hat sich schlecht Wofemutschen. Kerlin, du musst dich richtig rannehmen. Ich hab zu große Klappe. Ach ja, da ist er noch, der Russe. Jusuf, was hast du mit den Jungs gemacht? Die sind ja richtig diszipliniert. Die sind pünktlich. Aaaaaah! Nicht machen wir die Lagen, gleich! Nicht machen wir die Lagen, gleich! Sehr gut! Bis zum nächsten Mal.